ach so jetzt können wir das mal testen hoffentlich klappt das angeblich ist nämlich wenn man jetzt früher war ja wenn man da wasser weg nimmt das geht sehr gut entstand ja grundsätzlich strömung wenn man an so einer tiefen stelle weggenommen hat das haben sie gefixt und wie komme ich hier wieder raus gar nicht super so was doch ich habe natürlich jetzt keine lust 5000 mal hier hin und jetzt haben wir hier vorne kohle ich glaube nicht das können wir mal wieder ausmachen wo habe ich jetzt okay ich hatte aus versehen f8 mit gedrückt weiß auch nicht was das für eine funktion ist nun auf f8 drüber gedrückt hat und die maus bewegt das ist dann wie so ein kameraschwenk vielleicht ist es auch dafür gedacht grundsätzlich habe ich da noch keinen sünder gesehen kann man hier ja können wir hier nämlich mal eine unendliche quelle so dann tun wir da schon mal wasser rein obwohl das auch blödsinn ist da alle für sich erst koppeln machen erstmal hier nur wasser rein so fließt bis ganz unten durch jawohl und hier auch ja wunderbar weiß ich doch schon was ich wissen wollte reicht der koppel ich wage zu bezweifeln der koppel reicht wir müssen natürlich optisch ich jetzt gar nicht dran gedacht das sollten wir vielleicht optisch wirklich auch machen ach so doch ich kann das wasser doch da hinsetzen ich idiot die koppelwand kommt doch über das wasser so habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht hier kann man jetzt natürlich klemme ich das wasser ab und dann jedes mal eine neue quelle machen können wir ja eigentlich so das ist ja auch nur für sich egal da brauche ich wieder neues wasser da ist die das wasser ist ich meine ich habe schon mal gesagt aber egal ist zur bewässerung der felder und soll natürlich möglichst nicht gesehen werden hier bei den mittleren gängen da machen wir half slabs drüber das sind nicht mehr zu sehen sind obwohl ich da auch noch eine gewisse befürchtung habe wenn wir das machen das bei einer ernte die ernte auf diesen half slabs landet teilweise das war aber mal sehen ich denke mal das ist nämlich verträglich es ist schon wieder dunkel ist mir wieder gar nicht aufgefallen nur das dahinter doch das passt das passt durchaus würde ich sagen oh wen haben wir denn da alle jauh geh du sack man schnell pennen erster optischer eindruck ist in ordnung hat hier noch einer geballert er hat trotzdem getroffen sehr schön level ab das hatte ich mir für den moment eingebildet da wäre eine spinne aber war gar keine manchmal so ein bild ist auch herrlich also da sie ja aus wie pinhead kennt ihr den das nur ja wahrscheinlich eher nicht sei denn ihr seid etwas näher meinem alter daran als ich denke pinhead ist eine figur aus einem horrorfilm der früher sehr erfolgreich war da kommen dispenser rein hopp 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 und das wasser schon mal mit dann können wir es nämlich schon mal da ein hinsetzen äh ja hier müssen wir müssen wir das wie sich jetzt aber noch nicht tun hopp hopp so hier setzen wir auch so das ist nämlich der die liegt ja schon wieder vorne die liegt ja schon wieder vorne Wasser hopp hopp so da rein den spaß und zugebaut wie man das jetzt angleichen und ob wir den weg hier runter eventuell noch näher dran setzen das weiß ich aber noch nicht könnten eventuell so könnte man eventuell so könnte man eventuell da kommt da kommt koppel hier kommt dann wie gesagt der graben für den erntemechanismus ist da unten jetzt gerade was rumgelaufen oh ja 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 das stört mich jetzt ein bisschen mit den löchern hier aber okay ja das können wir gleich mal von unten fixen ne geht vielleicht einfacher als wenn ich mir hier oben meinen abbreche weg den dreck im wahrsten sinne des wortes ist und sehr schön dass da zwischendurch ein paar cleans drin sind und hier naja so hier müssen wir gerade hoch warum geht das nicht also ja den können wir nicht verdecken der muss offen bleiben blöderweise das ist natürlich wirklich blöd da kommt koppel rein weil hier muss eh koppelwand hoch ja 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 ich habe eben noch gesagt machen können wir auch von unten machen ja da müssen wir sowieso gleich mal runter wegen dem dirt der da unten rumliegt wer weiß wofür da gut ist wenn man aufheben kommt koppel rein kommt schon mal koppel rein das wird sowieso im ganzen koppel da muss für die optik hochkoppel hin so ja dann ratzen wir uns mal noch weiter durch was wir dann gleich gegen koppel ersetzen hier beziehungsweise das heißt gleich wir sind ja gerade dabei so schon mal wie es aussehen wird hier müssen wir auch angleichen ok ok die schuldig haben man man hopst auch klappt sogar hier müssen wir also auch angleichen oder gleichen was eventuell gar nicht an wer vielleicht auch noch denkbar so was haben wir denn da für einen hohlraum achso da ist auch die schlucht runter ok ich dachte schon ich müsste da jetzt einen hohlraum stopfen da war schon wieder ein grunzer den ihr wahrscheinlich wieder nicht gehört habt und auch die sind ziemlich laut die hört ihr bestimmt auch aber 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 auch wenn es jetzt vielleicht alles ein bisschen langweilig ist ich denke mal man kann gleich schon sehen wo es hinführen soll jetzt haben wir keinen koppel mehr mist 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 passt mir aber gar nicht kloppen wir mal kloppen wir hier mal einfach was raus auch wenn das wohl gar keinen sinn macht wo sind wir denn hier ups hier runter wollte ich nicht komme ich wieder zurück ja wo grunzen die denn irgendwo muss hier eine übelst zombie party sein naja kann man den dreck hier aufheben der hier rumliegt macht das sinn hier irgendwie na komm wir brauchen koppel da ziehen wir das auch mal weg nee nee müssen wir dazwischen durch koppel fahren das darf ja wohl echt nicht wahr sein jetzt haben wir 15 da kommen wir vielleicht ein bisschen weiter mit irgendeiner wat ach wir haben keine fackel ich wollte gerade sagen da müssen wir mal eine fackel hinhauen aber wir haben gar keine hier auf hoch 27 haben wir doch ein bisschen was kommt man da hoch schafft man das jawohl schafft man ich wollte aber so gucken wir mal gucken wir mal